hallo liebe leute herzlich willkommen zurück bei fallout 4 genauer gesagt befinden wir uns in sanctuary und wir haben in der letzten episode ein neues gewehr bekommen eine neue laser pistole oder laser gewehr was wir jetzt aufrüsten wollen und wir hatten noch ein level ab wir schauen uns mal an was wir hier noch lernen können charismähe will ich ja langfristig auch noch steigern 5 ist ein bisschen wenig man merkt dann doch in den dialogen dass man eigentlich so gut wie keine dialogoptionen gewinnt in anführungsstrichen also unser charismäß dann irgendwie doch gar nicht so gut so was haben wir den rüstmeister und waffenfreak sind ja so meine ersten anlaufstellen und genauso wie hacker und schloss knacker aber die beiden sachen können wir noch nicht nuklearphysiker auch noch nicht damit ich sagen machen wir den wissenschaftler das ist ja der dritte baum den man braucht um bessere mods zu bauen es gibt ja noch einen vierten das ist der schmied hier der ist aber dann wirklich nur für nahkampfwaffen und da ich nahkampf ähnlich benutze brauchen wir den auch erstmal nicht so das heißt das passt ja perfekt haben jetzt die wissenschaft tragen zwei denn wir haben eine neue waffe eine laser waffe und um die zu verbessern braucht man wissenschaft herstellen ist da rechtmäßige herrschaft modifizieren wir jetzt mal schauen was wir da so daraus brauchen können also in erster linie will ich ja erstmal mehr schaden überladen der kondensator wissenschaft drang drei für haben wir noch nicht dann ist natürlich ist hier der maximierte kondensator die beste wahl erhöhter schaden mal gucken was was die anderen hier können mit genau die hier also überlegen der schaden durch kritische treffer und überlegende magazin kapazität erhöhte präzision verbesserter schaden ok und der hier fügt erhöhten brandschaden zu hinzu überlegen der magazin kapazität erhöhte reichweite verbesserter schaden und der hat halt nur erhöhten schaden die reichweite ist jetzt erstmal nicht so wichtig und der ist halt von den werten her generell schlechter und er hat halt erhöhter kritischer schaden klingt natürlich sehr gut ne aber ich mache mal ganz normal den erhöhten schaden hier ihr seht man braucht da einiges an material für gut dass wir da den ganzen kram haben hier sieht man nämlich jetzt auch woraus das hergestellt wird gold aus gold klebeband aus kleber und die sachen werden jetzt gleich zerstört da der mini atombomben stabilisator zum beispiel für die schrauben oder die mini atombombe beryllium aufsatz das wird alles zerstört damit ich dieses material nämlich bekomme ansonsten wenn ich den schrott nicht eingesammelt hätte kurz was hat das geliebt dass ich hier was herstelle so was haben wir hier noch verlängerter lauf 38 ist im moment installiert verbesserter scharfschützen lauf leckt mich am arsch 66 prozent schaden außergewöhnlicher schaden überlegen reichweite erhöhter rückstoß aber und mangelhafte magazin kapazität und präzision aus der hüfte okay präzision aus der hüfte interessiert mich ein scheiß weil ich immer anlege aber mangelhafte magazin kapazität wird wahrscheinlich dann auch wieder so sein wie die wie unsere sniper sprich nur sechs schuss oder so magazin aber leute 66 schaden wie geil ist das denn ich habe nämlich auf der anderen nur den scharfschützen lauf da mache ich jetzt hier den von den verbesserten scharfschützen lauf drauf sagt leute das ding wird so porno ich sag's euch dass das wird einfach alles zerstören so was haben wir hier noch vollständiger kolben ist installiert da hätten wir noch den okay das ist alles wissenschaftsrang 1 und das hier ist wissenschaftsrang 2 dann ist der ja in der regel besser mal gucken was 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 der kann der moment installiert ist der hat außergewöhnliche präzision durch das visier okay das ist schon mal gut rückstoßdämpfung und besseres zielen mit zielfernrohren verbessert der nahkampf schaden okay und der hat überlegen okay das ist halt ein also im prinzip genau das gleiche nur im besser okay schrauben haben wir aber fast keine mehr ist halt die frage ob ich das jetzt installieren soll lassen wir es erstmal guck mal was hier noch so ist hier ist nämlich nur das standard visier und das ist dann doch scheiße irgendwas was schaden erhöht haben wir leider nicht mehr okay nacht sich lang reichweiten fernrohr nacht sich wir spielen ja doch eher tags das heißt das bringt jetzt eh nicht so viel nacht sich nacht sich brauche ich nicht dann gibt es noch das lang reichweiten zielfernrohr er ist jetzt halt die frage spiele ich auf spiele ich mit dem mit dem sniper aufsatz oder spiele ich dann doch mit dem normalen ich glaube ich ist jetzt echt die frage ob man jetzt hier ein zielfernrohr drauf macht oder ob man einfach das normale visier behält ich weiß wir haben im moment noch keine boni auf sniper und den ganzen gedöns dass ich weiß durch durch zielen durch zielfernrohren mit waffen mit zielfernrohren noch keinen erhöhten schaden mache das heißt ich werde glaube ich jetzt so erst mal das verbesserte visier glaube ich dann nur installieren oder oder ich mache so ein reflex visier mal so ein reflex visier drauf kostet auch nicht so viel bündungsbremse ok da gibt es noch eine die ein bisschen mehr schaden macht überlegende reichweite und präzision teilt den strahl in mehrere geschosse auf die einen größeren bereich abdecken verringerte präzision und mangelhafte reichweite das möchte ich auf jeden fall nicht überlegende rückstoßdämpfung verringerte reichweite erhöhte reichweite präzision und rückstoßdämpfung dann klingt ja das schon mal gut hier strahlbündler strahlstreuer teilt den strahlen ja das ist wieder das dann nehme ich den strahlbündler brauche ich das drauf so aber den kolben kann ich jetzt nicht mehr ändern weil ich bei mir die schrauben fehlen wie kann das denn sein dass mir so viele schrauben fehlen ich habe doch so viel gesammelt wie kann ich denn nur drei schrauben haben naja moment abbrechen ich will das noch umbenennen das ganze das wird wie nennen wir das denn umbenennen hallo umbenennen danke nennen wir das laser laser beam das sind jetzt nicht so die herausragenden namen hier aber egal so jawohl colesworth das haben wir gut gemacht oder so inventar laser beam legen legen wir natürlich direkt an da haben wir laser beam und dann haben wir noch die sniper und laser pew brauchen wir erstmal nicht 66 schaden leute guckt euch das an was das für ein brachialer damage ist einfach ok das ideation visier das ist ist cooles visier das ist kein zu starken zoom und dann haben wir noch die laser sniper für die erhöhten reichweiten guck mal ich habe so viel munition im magazin dabei für die waffe dass der nur 999 mehr anzeigt gut leute jetzt habe ich hier genug gequatscht wir wollten ja hier ins polizeirevier und der bruderschaft beitreten also reisen wir ins polizeirevier und danach ich habe keinen plan leute was auf uns zukommt der plan ist ja auf jeden fall mal nach diamond city zu gehen und da gucken was sache ist mal gucken ob wir das schaffen oder ob mir wieder 100 andere sachen einfallen unterwegs vielleicht kriegen wir auch jetzt wieder eine neue quest von dem typen mega langer ladebildschirm hier so haben es endlich geschafft ach so wo ich das gerade da mit den signalen sehe wir haben ja noch so eine so ein ding aufgesammelt fällt mir gerade ein war das hier das holoband von eddie winter nein ne wir haben nämlich irgendein holoband gefunden cool kann ich das so angucken oder was war es das schlachtfeld holoband wir haben auf jeden fall irgendein holoband gefunden in der in der letzten einrichtung wo wir da waren mit den androiden ich habe aber das gefühl hier sind mittlerweile einige holobänder die wir noch nicht gehört haben lachen sporten necken oh er hat ein highschool abschluss alles gut er war sicher am werk unterricht oh guck mal er liest wissenschaftsmagazine ha 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 werk unterricht sollen sie das hier mal im werk unterricht machen meine ingenieurskunst das beste auf dem gebiet beschleunigt erwarten meine schönheit mein junkjet die werden sich noch wundern die zentrieren mit ihren anzügen und tollen abschlüssen nur ein bisschen staub doch das ok das war auf jeden fall das richtige holoband denn wir haben das ja neben dem junkjet gefunden college square ok oh guck mal leute mit meiner wahrnehmung das ist aber echt cool wie weit ich das sehen kann dass hier ghoul sind da waren unten gerade rote punkte auf der karte sind hier immer noch ghoul eh obwohl wir hier schon ordentlich aufgeräumt haben naja gut haben aber wenigstens mal die waffe ausprobiert hier so ein bisschen also so ein kleiner verrückter typ der den gefunden hat ja das auch irgendwie einleuchten wer baut schon eine waffe die mit müll schießt was kann ich sagen was kann ich sagen begrüßt den neusten rekruten des erkundungsteams er ist ziemlich vielversprechend und mit der richtigen führung da das zeug dazu einer der besten zu werden der beste mhm nur ein rekrut ist das eine frage oder ich mach mal erstmal einen witz hier ich bin nur wegen der schicken uniform dabei ach ja und ich dachte du wärst beigetreten weil du eine aufgabe einen sinn gesucht hast also hast du beschlossen zu bleiben was ich hatte erwartet dass du dir deine belohnung holst und dann verschwindest wir sind ja nicht sehr lustig hier die leute ich muss nichts beweisen junge ich muss dir überhaupt nichts beweisen doch musst du du musst mir beweisen dass du mir keine kugel in den rücken jagst sobald ich mich umdrehe Rhys das reicht ob es dir passt oder nicht ihr werdet lernen müssen zusammenzuarbeiten und du du solltest dir klar machen was es bedeutet zur bruderschaft zu gehören wir sind keine söldner wir sind eine armee und wir haben unser leben einem strikten verhaltenskodex untergeordnet wenn du weiter bei uns bleiben willst wirst du diese grundsätze ohne widerspruch befolgen müssen was ist denn der verhaltenskodex willst du mir diesen verhaltenskodex beibringen wenn du während der mission bei arcjet aufgepasst hast dann kennst du einen teil davon bereits der rest wird sich ergeben wenn du zeit mit deinen kameraden verbringst okay ich weiß dass du loslegen willst also komme ich direkt zum punkt ich verlange nur zwei dinge von den leuten die unter meinem kommando stehen ehrlichkeit und respekt du fügst dich in die gemeinschaft ein ich gebe dir ein befehl du befolgst ihn so einfach ist das bevor ich dich für weitere aufgaben zu haylen und reese schicke gibt es noch eine sache zu erledigen von diesem tag an sollst du den rang anwärter tragen das ist nur ein ausbildungsrang höhere ringe darf ich nicht vergeben aha okay es gibt also scheinbar noch andere leute von der bruderschaft die müssen uns jetzt erstmal hocharbeiten geile sache ähm ja in ordnung gut in ordnung wunderbar soldat ad victoriam anwärter er weiß doch nicht mal was das heißt haylen ad victoriam ja ich wollte es gerade sagen zum sieg für uns ist eine niederlage nicht hinnehmbar denn wir kämpfen für die zukunft der menschheit unser schlachtruf ist viel mächtiger als jede waffe die du dir vorstellen kannst merk dir das so und jetzt melde dich bei haylen oder reese für deine nächste aufgabe wegtreten soldat sempa in victor keine ahnung was das heißt ich hatte kein latein äh ja gut reden wir mal mit wahrscheinlich ich weiß nicht geben die einem beide die gleiche quest hm reden wir erstmal mit ihr die sympathische äh warum hasst er mich warum hasst er mich er hasst dich nicht rice gehört mit leib und seele der bruderschaft für ihn gibt es sonst nichts sie ist seine familie sein ganzes leben wenn etwas anderes auf den plan tritt und ihm in den weg kommt schiebt er es beiseite mhm jetzt habe ich meine charismasache nicht an ich versuche es trotzdem mal läuft da etwas zwischen euch beiden ja er hat mir gezeigt wie die dinge laufen ich dachte dass da etwas mehr zwischen uns wäre also fragte ich ihn ob er mir gegenüber solche gefühle hat er sagte mir dass es in seinem leben für nichts außer der stählernen bruderschaft einen platz gibt wir sprachen nie wieder darüber also ich äh ich musste mal weiter arbeiten wenn du dir sorgen wegen rice machst kümmere dich gar nicht um ihn ach der kommt schon noch zu sehen bist du bereit deinen ersten auftrag anzunehmen ja mein erster auftrag ist es ja nicht ne aber ja großartig ich erzähl dir was zu tun ist eine der wichtigsten aufgaben der bruderschaft ist das finden und erhalten von technologie die bei den bomben abwürfen verloren ging ich habe eine liste mit orten an denen sich artefakte befinden hol sie damit unsere gelehrten sie katalogisieren und studieren können hier mit diesen informationen solltest du dein erstes artefakt finden können viel glück und sei vorsichtig wow das klingt ja mega spannend mega spannend so der hat auch direkt einen auftrag für uns cool Entschuldigung gut raus damit was für eine nummer ziehst du hier ab na gut ich versuche mal irgendwie ihn ein bisschen zu besänftigen jetzt mach mal halblang dir kann ich es ja gar nicht recht machen recht machen darum geht es hier gar nicht ich versuche nur zu verstehen was du hier willst du bist nicht fürs militär gemacht du bist ein einzelgänger also kapiere ich nicht warum du noch hier bist du hast was du wolltest also warum ziehst du nicht weiter die bruderschaft könnte meine beste chance sein meinen sohn zu finden nun das ist tatsächlich ein ziemlich guter grund gut ich will mal nicht so sein weil dance dir vertraut aber wenn du aus der reihe schlägst und meine brüder und schwestern in gefahr bringst sorge ich dafür dass du das bereust also bereit für deinen auftrag du held ja aber läuft doch nicht weg ich bin bereit bereit dann hör zu ob es dir gefällt oder nicht eine unserer wichtigsten aufgaben im commonwealth ist die müllbeseitigung ich rede von noch so ein klassen achso den ausgeburten die die verdammten eierköpfe mit ihren spielzeugen erschaffen haben es ist ganz einfach ich schicke dich zu einem ziel und du vernichtest alles was sich dort häuslich eingerichtet hat alle einzelheiten findest du direkt hier komm erst wieder wenn die aufgabe erledigt ist geil reinigung des commonwealth ja wir sind doch die oberreiniger im mehrfachen sinne haben wir die aufgabe direkt erledigt oder was weil er uns den auftrag gegeben hat von etwas was schon gereinigt wurde reinigung des commonwealth selber college square okay und dann haben wir noch angenommen eben genauer quartiermeister wo ist denn das da waren wir doch nicht oder diesen square oder doch hi wo ich herkomme befolgt man die befehle die man bekommt und jetzt bewegung alles klar weil diese böbel über dem kopf haben deswegen dachte ich das wäre vielleicht schon fertig aber geil leute säuberung sind wir immer für dabei wir sind ja die säuberer hoch 10 wir säubern ja die welt von allem nämlich klauen wir alles was heißt klauen wir wir nehmen die sachen die niemand mehr braucht das ist ja eigentlich viel korrekter ausgedrückt und wir töten natürlich auch alles was uns nicht so ganz wohlgesonnen ist von daher ist doch die aufgabe auf jeden fall nach unserem geschmack mal gucken ob davon irgendwas in unserer nähe ist da würde ich sagen machen wir das nämlich jetzt direkt mal fix weg geht mal fix weg geht Rocky Narrows das ist also da haben wir dann die aufgabe mit dem relikt ne mit diesem artefakt denke ich mal und hier der college square ah geil das den haben wir eben schon direkt gefunden das ist dann die aufgabe hier alles wo wir säubern müssen dann nehmen wir aber mal hier die das kampfgewehr denn unsere laser waffe ist da ein bisschen unterfordert mit den ghoulen hier da brauchen wir nicht so schweres geschütz würde ich sagen ich mach mal gerade schnell speichern das ist doch schon der erste ghoul boom junge ja kurz wird du kennst das doch wir müssen säubern ah kurz wird jetzt gab es schon wieder keine erfahrung weil kurz wird den gekillt hat was steht denn da oben ach das ist ne mauer na du nimmel eine kreissäge die deinen namen trägt kennt ihr alle das lied das ist von kotzi kotsworth wie hält der denn aus verseucht mich hier komm her die ghoulen die bewegen sich so krüppel mäßig das ist echt schwer zu treffen ist das eigentlich hier gescriptet oder weil die so komisch auftauchen so nacheinander irgendwie als wäre das gescriptet so haben wir hier noch ghoulen ghoulen ich bin doch schon extra laut da ist doch bestimmt einer drin oder nach da oben sind sie mal eins alter ich treff doch mal zwei einer ist auf jeden fall noch da äh hoch hoch so eine taschenuhr dabei gehabt nicht schlecht ja das das blinder ich alles mal so wenn wenn ihr nicht dabei seid den langweiligen kram den mache ich ja immer ohne euch ich denke mal das ist in eurem sinne den koffer den können wir nochmal aufbrechen zusammen alles klar cool hier ein paar neue sachen gefunden die aber auch nichts bringen geht die mission jetzt als abgeschlossen wer ist das rica einen gebührenplan hat er dabei ok hoch das ist aber ein fetter eine fette na gut so fett ist sie jetzt auch nicht aber auf jeden fall dicker als die anderen raider die anderen sind immer so schlank die ist dafür dass wir hier äh in der endzeit leben äh wirklich gut genährt muss ich sagen so ist die mission jetzt hier erfüllt oder nicht noch nicht oder so komm ich hier raus na wo bin ich denn reingekommen überhaupt ah ok hier sind wir von hier sind wir ja damals gekommen als wir hier ins polizeirevier gelangt sind ah mine mal speichern immer wieder zwischendurch mal speichern man kennt das ja eine mine und man ist hinüber sowie der ja das werde ich alles mal genauer absuchen ok jetzt sind wir wieder hier nicht im kreis gelaufen ich holzkopf so gleich mal hier lang oh munition wow geil fusionszellen war ich denn hier schon drin ja ne schon wieder eine mine ah da ist einer die die entschärfe ich komm her haha ah oh das auto explodiert gleich wow alter ist ja wie eine atombomben explosion mal speichern aber cottage square ist doch hier ok jetzt komme ich red weil das auto explodiert ist ach cottage square station auch noch ok es geht eigentlich hier rum mhm verstehe ist die aufgabe denn säubere college square station die aufgabe war doch säubere college square oder college square gar nicht so leicht auszusprechen wenn es oft hintereinander sagt college square college square säubere college square steht da noch alter da steht nichts von station aber da muss man einfach zugreifen ja da muss man zugreifen haste recht ja schau mal das licht an hier eben pro pistole wenn ich das anerlen darf sir dieser ort wirkt dein seel nicht gefährlich ja aber nur ein wenig gefährlich kurzweil da haben wir schon orte gesehen die wesentlich schlimmer waren was macht das so geräusche alter ok scheint ja hier raider zu geben sind ja gar keine gar keine ghoul hier hier gibt es hier ghoul oder raider hm scheinbar ghoul sind mir eigentlich auch lieber als raider haben schon so viel gegen raider gekämpft so diese einsteiger sachen sind ja überhaupt kein problem mehr für uns hier als meister der meister des plünderns mal aufstehen die ganze zeit schleichen dann gucken ob hier noch irgendwas ist nein den habe ich auch schon geplündert hier mit ruten auf plattform silber war da ja auf plattform rums bums ist hier noch irgendwas ein teddy bear oh ein raider überladen die rüstungen nehmen immer so viel platz weg so viel gewicht das sind die laser mods die ich eben ausgebaut habe gebührenplan muss ich mir alles mal genauer angucken wenn wir hier durch sind laser pew die brauchen wir auch nicht mehr die können wir zu hause lassen das nächste mal so jetzt haben wir doch wieder gut platz mentats geil also nicht geil aber kann man alles verkaufen boah steht der da einfach ghoul die haben ja aber ordentlich aufgeräumt die haben die ganzen raider gekillt nicht schlecht sind also nicht zu unterschätzen die ghoul wenn man so viele raider tötet was haben wir hier noch noch mehr vorkriegsgeld das ist irgendwie gar nichts mehr wert glaube ich so was okay da geht es überall runter was stand da tier entsperren experte das ist diebstahl aber ich komme da doch noch so hin oder komme ich gar nicht u-bahnmarken geil komme ich damit da rein dann aber erstmal glaube ich dass hier also allein für die erfahrung also kurz wird das war nicht gefallen wenn ich hier plünder weil der ist ja nicht so dafür wenn man sachen klaut siehst du kurz wird das nicht gefallen aber hallo das gibt alles erfahrung außerdem sind hier jede menge geile sachen das ist dann außerdem kein diebstahl wenn ich das klaue das ist auch sehr in eine sehr interessante leben und leben begleiter verursachen dauerhaft fünf prozent mehr schaden wie geil ist das denn siehst du kurz war das hat sich doch voll gelohnt ach geil hier ist sogar noch so ein protektor vorkriegsgeld das nehmen wir alles mit so und dann gehe ich natürlich hier noch an die protektor steuerung ich glaube wenn man es gibt auch noch so ein zusatz perk was man kaufen kann dass man denen auch noch befehle geben kann ok schon mal zwei treffer das ist schon mal echt viel was haben wir denn hier quest kann es dann ja nicht sein weil wir schon zwei treffer hatten heute könnte es auch nicht sein oasis könnte sein protektoren steuerung einheit aktivieren erstmal hätte ich mal besser vorher ausgewählt welche persönlichkeitsmodus auswählen machen wir hier erste hilfe das hilft uns eigentlich am meisten und dann müsste halt er mich doch oder wenn ich jetzt oder was macht er jetzt genau macht einfach gar nichts also ich habe noch nicht so ganz rausgefunden was die protektor uns überhaupt so genau jetzt machen der ist jetzt auf erste hilfe eingestellt aber er hilft mir irgendwie nicht alles klar leute in der nächsten folge gehen wir dann weiter hier runter in die u-bahn vom college square in die college square station und säubern leute also schaltet wieder ein bis dann ciao ciao euer silent